Als Perser-Kriege bezeichnet man allgemein die im frühen 5. Jahrhundert v. Chr. von den persischen Großkönigen Daraiossi und Xerxes I. unternommenen Versuche durch militärische Gewalt Griechenland ihrem Reich anzugliedern. Diese Unternehmungen schlugen jedoch trotz gewaltiger persischer Übermacht fehl. Von den siegreichen Griechen wurde die Erfolg aber auch auf opferungsreiche Verteidigung ihres Mutterlandes bald zum politischen Mythos erhoben, der sich auch in Theaterstücken wie die Perser des Eishylus ausdrückte. Dieser Mythos hat teilweise bis ins 21. Jahrhundert überlebt und wurde historisch oft als Verteidigung der Freiheit des Abendlandes gegen orientalische Despotie und Gewaltherrschaft gedeutet. Ausgelöst wurden die Perser-Kriege durch den sogenannten ionischen Aufstand. Als ihre Höhepunkte dürfen die Schlacht bei Marathon im 1. sowie die Seeschlacht von Salamis und die Schlacht von Plataia im 2. persischen Krieg gelten. Die Niederlage der Perser hatte weitreichende Auswirkungen auf die weitere persische, griechische und letztlich europäische Geschichte. Wichtigste zeitgenössische Quelle für die Geschehnisse ist der antike Geschichtsschreiber Herodot. Ausgangssituation Griechenland im 6. J. V. C. H. R. Nach dem Ende der mykenischen Palastzeit zu Beginn des 12. J. V. C. H. R. hatte Griechenland einen enormen Bevölkerungsrückgang und Niedergang der materiellen Kultur erlebt. Etwa ab dem 8. J. V. C. H. R. begann sich dieser Prozess umzukehren. Die Bevölkerungszahl stieg wieder an, während Einflüsse aus dem Orient neue Kunstformen und auch ein neues Schriftsystem hervorbrachten. Bereits zuvor hatten die verschiedenen griechischen Stämme die Inseln der Ägäis und die Westküste Kleinasiens besiedelt. Aufgrund des starken Bevölkerungswachstums und des daraus resultierenden Landmangels begann nun die griechische Kolonisation des restlichen Mittelmeerraums sowie des Schwarzmeergebietes. Gleichzeitig entstand im Mutterland und in den neuen Kolonien die politische Organisation auf Grundlage der Polis, des innen- wie außenpolitisch-autonom-Stadtstaates. Dennoch blieben auch weiterhin Teile der griechischen Bevölkerung in Stammesverbänden gegliedert. Um die Wende zum 6. J. V. C. H. R. kamen die griechischen Polis Kleinasiens unter die Oberherrschaft des Lüderreiches, während die europäischen Griechen und die Bewohner der Kolonien weiterhin unabhängig blieben. Im Mutterland begannen bald einige größere Polis eine überragende politische Rolle zu spielen. Besonders Sparta mit seinem überlegenen Heer und das wirtschaftlich dominierende Athen sind hier zu nennen. Sparta hatte sich bis zur Mitte des 6. J. V. C. H. R. In zahlreichen Kriegen zur flächenmäßig größten griechischen Polis entwickelt und den größten Teil der Halbinsel Peloponis entweder unterworfen oder, in ein Bündnissystem, den sogenannten Peloponnesischen Bund gezwungen. In Athen konnte der artlige Paesistratos in der zweiten Hälfte des 6. J. V. C. H. R. ähnlich wie es schon in anderen griechischen Städten geschehen war, eine Tyrannis errichten und diese sogar an seine Söhne Hippias und Hipparch weitervererben. Im Jahr 510 V. C. H. R. wurde die Tyrannenherrschaft allerdings durch den athenischen Aristokraten Kleistinus aus der Familie der Altmeoniden und mit Hilfe des spartanischen Königs Kleomenes I. abgeschafft. Nachdem Kleomenes aber versucht hatte, mit Isagoras einen prospartanischen Politiker als Archon in Athen zu installieren, wurde dieser wiederum von Kleistinus und seinen Anhängern gestürzt, die daraufhin die Demokratie in Athen einführten. Das neue politische System war stark genug, eine spartanische Invasion, die Isagoras wieder an die Macht bringen sollte, genauso abzuwehren wie Angriffe aus Bözin, Aegina und Chorkis. Wie Sparta und Athen waren auch die anderen griechischen Poleis des Mutterlandes in ständige Konflikte miteinander verwickelt und schienen kaum zu gemeinsamen politischem Handeln fähig. Die Zerrissenheit der griechischen Welt ging sogar so weit, dass sich innerhalb der einzelnen Poleis verschiedene Gruppierungen um die Macht stritten. Persin im 6. J. V. C. H. R. Mitte des 6. J. V. C. H. R. Erlebte die Staatenwelt des vorderen Orient, die sich nach dem Ende des Neu-Assyrischen Reiches herausgebildet hatte, mit dem Aufstieg des persischen Archämenidenreichs eine tiefgreifende Umwandlung. Auslöser hierfür war die Expansionspolitik des persischen Königs Kyros II, der über ein kleines Reich im Südwesten des Iran herrschte. Um 550 V. C. H. R. begann er einen Krieg gegen das benachbarte iranische Mederreich, welches er schließlich unterwerfen konnte, so dass er nun schlagartig über ein Gebiet gebot, das sich vom Iran bis zum Osten Kleinasiens ausdehnte. Nicht einmal ein Jahrzehnt später brachte Kyros mit seinem Sieg über Kruisus, den König des Lüderreiches, auch Kleinasien unter seine Herrschaft. Hier kamen die Perser zum ersten Mal mit den an der Westküste Kleinasiens siedelnden Griechen in Kontakt, die zuvor unter der Hoheit des Lüderkönigs gestanden hatten und sich nach kurzem Widerstand den Perser ergaben. Nach einigen Kämpfen im Osten des Reiches wandte sich der Eroberer kurz darauf nach Süden gegen das Neu-Babylonische Reich, welches sich über Mesopotamien und die Levante erstreckte. Streitigkeiten zwischen dem dortigen Königshaus und der lokalen Priester-Elite erleichterten die Eroberung. Nachdem Kyros im Kampf gegen zentralasiatische Nomaden gefallen war, gelang es seinem Sohn Kambisis II in der Schlacht bei Pelusium um 525 v. chr. Ägypten zu erobern und damit die große Phase der persischen Expansion zum Abschluss zu bringen, wenngleich auch noch später kleinere Gebietserwerbungen folgten. Seinem Nachfolger Darai Ossi fiel es nun zu, das junge Imperium zu konsolidieren. Er erreichte dies durch zahlreiche Reformen wie die verwaltungs- und steuerrechtliche Aufteilung des Reichs in Satrapin, den Ausbau des Verkehrsnetzes oder die Schaffung neuer Residenzen in Susa und Persepolis. Zu seinen kriegerischen Unternehmungen gehören die Eroberung von Teilen Indiens und Trakiens. Letztere stand in Zusammenhang mit dem dauerhaften Kampf der Perser mit den Nomaden Zentralasiens und Südrusslands. Darai aus überquerte 513 512 v. chr. mit einer Schiffbrücke den Bosporus nach Europa, um gegen die Sküten nördlich der Donau vorzugehen. Auf dem Weg nach Norden gliederte er Trakien in den Reichsverband ein und machte das Königreich Makedonien Tributpflichtig. Der Kampf gegen die Nomaden blieb zwar erfolglos, doch hatte Darai aus dem Perserreich mit seinem Feldzug zu seiner größten Ausdehnung verholfen und es zu einem direkten Nachbarn der europäischen Griechen gemacht. Diese standen nun dem größten Imperium gegenüber, das die Welt bis dahin gesehen hatte. Der Ionische Aufstand Hauptartikel Die Ionier bildeten eine der großen griechischen Sprachgruppen. Im Zuge der Völkerverschiebungen, die Griechenland während der dunklen Jahrhunderte erlebte, hatten sie sich in Attika und über zahlreiche Inseln und Küstengebiete der Ägäis verbreitet. Unter anderem hatten sie sich auch am zentralen Teil der westklanasiatischen Küste festgesetzt. Dieses Gebiet war seitdem unter dem Namen Ionien bekannt. Die hier entstandenen Städte bildeten Anfang des 8.J.V.CHR, den Ionischen Bund. Durch die Eroberungen des Kyros waren auch die Ionischen Griechen in Kleinasien unter persische Oberherrschaft geraten. Die Perser waren zwar bemüht den Unterworfenen eine gewisse innere Autonomie zu gewähren. In der großen ionischen Metropole Miele übte ein gewisser Aristagoras diese Position aus. Um das Jahr 500 V.CHR, entschied sich dieser allerdings dafür, von seinem Herren abzufallen, seine Stellung als Tyrann aufzugeben und sich stattdessen an die Spitze eines antipersischen Aufbegehrens zu stellen. Wieso er das tat, ist ziemlich unklar. Herodot berichtet, Aristagoras sei Anführer einer gescheiterten Expedition gegen die Insel Naxos gewesen und stellte sich daraufhin gegen die Perser, um nicht für den Misserfolg zur Verantwortung gezogen werden zu können. Möglich ist aber auch, dass er sich einem sich bereits anbahnenden Aufstand anschloss, um nicht selbst durch diesen aus dem Amt befördert zu werden. Die Unzufriedenheit der reichen ionischen Handelsstätte mit der persischen Herrschaft scheint damals nämlich aufgrund wirtschaftlicher Probleme gestiegen zu sein. Aristagoras versuchte zunächst im griechischen Mutterland um Unterstützung für seine Sache zu werben. Bei König Cleomenes I., in Sparta stieß er auf taube Ohren. Zu weit entfernt erschien den Spartanern der Kriegsschauplatz und zu wenig Erfolg versprechend die Aussichten. Zudem war man in Sparta im Begriff einen Krieg gegen den alten Erzfeind August zu Beginn. In Athen hatte Aristagoras mehr Glück. Die dortige Regierung ließ sich überzeugen, den Ionian mit 20 Kriegsschiffen zur Seite zu stehen. Auch Eritrea auf Euböa entsandte fünf Schiffe. Insgesamt war der Beitrag der europäischen Griechen zum Aufstand eher gering, aber dennoch sehr folgenreich, wie sich später zeigen sollte. Der Aufstand verlief zunächst recht erfolgreich. Er trafe das Perserreich offenbar unvorbereitet. 499 v. CHR Gelang es den aufständischen Sardes, die alte lydische Königsstadt und wichtigstes persisches Zentrum im Westen einzunehmen und in Brand zu setzen. Trotz einer Niederlage bei Ephesus weitete sich der Krieg bis zur Region am Helespont und bis nach Karien und Lykien aus. Selbst auf Zypern erhoben sich nun die Griechen. Dann begann sich das Blatt jedoch zugunsten der Perser zu wenden. Zypern wurde zurückerobert und auch aus Sardes mussten sich die Griechen zurückziehen. 494 v. CHR Wurde die Flotte der Griechen in der Seeschlacht von Lade zerstört und der Aufstand brach zusammen. Die Schiffe Athens hatten sich bereits zuvor nach einem Regierungswechsel in der Heimat zurückgezogen. Auch Aristagoras hatte Kleinasien frühzeitig verlassen und war nach Thrakien geflohen, wo er 497 v. CHR Im Kampf gegen einheimische Stab, um ein Exempel zu statuieren, zerstörten die Persamilä, das nie wieder eine so bedeutende Stellung wie vor dem Aufstand einnehmen sollte. Die meisten Städte kamen aber eher glimpflich davon. Man versuchte die Region vor allem mit friedlichen Mitteln wieder zu beruhigen. Das Land wurde neu vermessen und in Kataster eingetragen. Ordentliche Gerichtsverhandlungen zwischen Angehörigen unterschiedlicher Gemeinden wurden ermöglicht. Und auch die Tyrannis wurde bei weitem nicht in allen Städten wieder eingeführt. Auch auf eine Erhöhung der Tribute verzichteten die Peser. Marathon Hauptartikel Darai Ossi hatte den persischen Herrschaftsbereich bereits am Ende des 6. Jahrhunderts v. CHR nach Europa hin ausgedehnt. Die Beteiligung der europäischen Griechen am ionischen Aufstand, so geringfügig sie auch gewesen war, lenkte seine Aufmerksamkeit erneut auf den Westen. Die unabhängigen griechischen Staaten jenseits der Ägäis bedeuteten eine Gefahr für die persische Herrschaft in Westkleinasien. Außerdem waren Athen und Eritrea für die von ihnen geleistete Hilfe für die Aufständischen zu bestrafen. Hinzu kam noch, dass sich einige prominente politische Flüchtlinge aus Griechenland am persischen Hof aufhielten, wie etwa der von seinem Kollegen Cleomenesi, vertriebene spartanische Ex-König Demarathos oder Hippias der ehemalige Tyrann von Athen. Im Jahr 492 v. CHR wurde der persische Feldherr Madonios ein Schwiegersinn des Daraos, mit einem aus Land- und Seestreitkräften bestehenden Herr nach Trakirn und Makedonien entsandt, um die persische Herrschaft in diesem Gebiet, die infolge des ionischen Aufstandes ebenfalls gelitten hatte, zu restaurieren. Zusätzlich gelang ihm die Eroberung der Insel Terso. Weitere Vorstöße nach Süden blieben ihm allerdings verwehrt, da die persische Flotte nahe dem Ethos-Gebirge durch einen Sturm zerstört wurde. 490 v. CHR folgte die Strafexpedition von Dathis und Atafanes einem Neffen des Daraos. Bereits 491 v. CHR hatten die Perser Gesandte ausgeschickt, die die Unterwerfung der griechischen Poleis in Form einer symbolischen Übergabe von Erde und Wasser forderten. Viele Staaten in Nord- und Mittelgriechenland gaben dem Druck nach. Nur einige wenige, allen voran Athen und auch Sparta mit seinen peloponesischen Verbündeten, weigerten sich und töteten die Gesandtschaften. Die beiden großen Poleis hatten von der persischen Herrschaft nichts Gutes zu erwarten. Die Athener mussten die Rückkehr zur Tyrannis befürchten, während die Spartaner ihre Vorrangstellung auf der Pelopones gefährdet sahen. Als Antwort auf diesen Frevel Gesandte galten als unantastbar entsandte Persien eine Flotte in die Ägäis, um die griechische Unterwerfung mit Gewalt zu erzwingen. Die Kykladen ergaben sich. Eritrea wurde erobert, für seine Beteiligung am jönischen Aufstand niedergebrannt und seine Bevölkerung nach Medien verschleppt. Schließlich landete eine persische Expedition-Streitmacht auch in Attikanae Marathon. Begleitet wurde sie von Hippias, dessen Position in Athen wiederhergestellt werden sollte. Das unmittelbar bedrohte Athen entsandte Eilboten nach Sparta, um von diesen militärische Unterstützung zu erhalten. Die Spartaner setzten ihre Truppen allerdings nicht sofort in Bewegung mit der Begründung, dass es ihnen während der Dauer des gerade abgehaltenen Karnia-Festes verboten sei, in den Krieg zu ziehen. Sie sollten nur zwei oder drei Tage zu spät eintreffen. So standen den Athenern 490 v. C.H.R. Nur die Truppen des verbündeten Plateia zur Seite als es zur Schlacht kam. Wichtigster militärischer Führer der griechischen Verbände war Milziades, der Führer der konservativen Adelspartei Athens. Er riet den Athenern ihre Stadt zu verlassen, um den Perser in offener Feldschlacht gegenüber zu treten. So versperrte das griechische Herr den Weg nach Athen. Aufgrund unterschiedlicher Überlieferungen ist der Verlauf der Schlacht nicht genau zu rekonstruieren. So ist etwa unbekannt ob es die Perser oder die Griechen waren, die die Schlacht eröffneten. Nur 192 athenische Vollbürger sollen in der Schlacht gefallen sein. Die Griechen zogen sich daraufhin nach Athen zurück, um die Stadt gegen einen persischen Angriff abzuschirmen. Die persische Streitmacht war demnach also noch bei weitem nicht vernichtet und stellte weiterhin eine Bedrohung dar. Der erwartete Angriff blieb allerdings aus. Die Perser zogen sich stattdessen in die Heimat zurück. Der erste persische Angriff auf das griechische Mutterland war damit gescheitert. Die Ausmaße der Schlacht von Marathon sollten deshalb aber nicht überschätzt werden. Darius hatte nur eine relativ kleine Expeditionsstreitmacht ausgeschickt, um einige wenige griechische Poleis zu bestrafen. Und die Schlacht selbst scheint nicht viel mehr als ein Scharmützel gewesen zu sein. Für das Selbstbewusstsein Athens war dieser erste Abwehrkampf allerdings von enormer Bedeutung. Zudem waren zum ersten Mal in der Geschichte Ansätze einer panghellenischen Politik erkennbar geworden. Wenn gleich auch nur wenige griechische Staaten bereit waren, für diese Idee zu kämpfen. Zwischen den Kriegen Der Sieg von Marathon hatte Athen vorerst vor der Wiedererrichtung der Tyrannis bewahrt. Der Konflikt selbst, der heute als erster Perser-Krieg bezeichnet wird, hatte noch recht kleine Ausmaße gehabt. Sparta, die zweite griechische Vormacht war noch überhaupt nicht beteiligt gewesen. Die Perser dürften der Niederlage keine große Bedeutung beigemessen haben. Ihre Herrschaft über große Teile der griechischen Welt war immer noch ungefährdet. Auf Dauer konnte der griechische Widerstand aber nicht geduldet werden. Es war an der Zeit weiter ausgreifende Aktionen gegen das griechische Mutterland in Angriff zu nehmen. Herodot beschreibt, wie Darai aus eine groß angelegte Rüstungsaktion des Imperiums einleitete. So gleich schickte er Boten aus, um ein Heer zu sammeln. Alle Provinzen und Städte mussten weite mehr Truppen stellen als früher. Außerdem Kriegsschiffe, Pferde, Getreide und Lastschiffe. Nun war ganz Asien drei Jahre lang in Bewegung und alle Tapferen sammelten und rüsteten sich gegen Hellas. Herodot 7,1 übersetzt von A. Honefer. Der König musste seine Pläne jedoch unterbrechen, da in Ägypten ein Aufstand ausgebrochen war. Als Darai aus 486 v. C.H.R. starb, folgte ihm sein Sohn Xerxes I., ein Enkel des großen Kyros, auf den Thron nach. Er war bestrebt, die Feldzugspläne seines Vaters wieder aufzunehmen und begann erneut mit der Mobilmachung des Perserreichs. Vor allem Madonios, dem ein Kriegszug gegen die Griechen bereits einmal verwehrt worden war, scheint ihn darin bestärkt zu haben. In Griechenland schien sich die politische Situation nach Marathon kaum verändert zu haben. Auch der Sieg Athens änderte nichts daran, dass die meisten griechischen Staaten gegen einen Krieg mit Persien waren. Das Klima war vielmehr von der alten Rivalität zwischen den einzelnen Poleis geprägt. A. G. Z. B., das eine dauerhafte Feindschaft gegenüber Sparta pflegte, wäre ein persischer Sieg sehr gelegen gekommen. Auch andernorts gab es konservative Kreise, die sich von den Perser eine Schwächung der demokratischen Gruppierungen in ihren jeweiligen Städten erhofften. Das Orakel von Delphi, die wichtigste panhellenische Instanz, machte keinen Hehl daraus, dass es jeden Widerstand für sinnlos hielt. In Athen und Sparta wurden derweil innenpolitische Kämpfe ausgetragen. Der spartanische König Cleomenes I. wurde abgesetzt und nahm sich wenig später in Gefangenschaft das Leben. W. Währenddessen betrieb man in Athen den Sturz des Marathonsiegers Milziades. Dieser hatte den Kampf nach seinem großen Erfolg weiterführen wollen und 489 V. C.H.R. eine flotten Expedition gegen die Insel Paros eingeleitet, die allerdings vollständig scheiterte. Seine Feinde aus dem Lager der Demokraten nutzten dies, um ihn vor Gericht zu stellen. Er entging zwar einem Todesurteil, starb aber kurz darauf an den Wunden, die er während des letzten Kriegszuges erlitten hatte. Der Ausbau der Demokratie wurde nun weiter vorangetrieben. So fällt etwa die Einführung des Ostdrakismus in diese Zeit. Aber auch die Rüstung für den drohenden Perser Krieg war nicht vergessen. Hier tat sich ein Mann namens Themistocles besonders hervor. Bereits im Vorfeld des ersten Perser Krieges war er für eine Verstärkung der Attischen Flotte eingetreten. Damals hatten es die Athener vorgezogen, die Pläne des Milziades für eine Schlacht an Land umzusetzen. Nun schienen sich die Verhältnisse geändert zu haben. Selbst das Orakel von Delphi ließ sich für die neue Strategie einspannen. Nach anfänglichem Zögern rieten die Apollo-Priester den Athenern, sich hinter einer hölzernen Mauer zu verstecken. Welche Themistocles sofort als Flotte deutete. Ab 483 v. C.H.R. wurde mit dem Bau der Kriegsschiffe begonnen. Finanziert wurde das Großprojekt durch den Abbau. Erst kürzlich erschloss Ena Silbervorkommen aus Laurien. Die neue Flottenpolitik wirkte sich wiederum förderlich auf die Entwicklung der attischen Demokratie aus. Für die Besatzungen der Schiffe wurden zahlreiche, auch ärmere attische Bürger herangezogen, die so auch mehr politisches Gewicht erlangten. Da im antiken Denkenwehr und Staatsverfassung eng verbunden waren, 481 v. C.H.R., kamen nahe Korinth die griechischen Staaten zusammen, die bereit waren, den Perser die Stirn zu bieten. Sie schlossen sich zum Hellenbund unter Führung Spartas zusammen. Selbst die Flotte der Verbündeten sollte von den eigentlich im Seekrieg unerfahrenen Spartanern befehligt werden. Neben Athen, Sparta und dessen peloponesischen Verbündeten gehörten dem Bund noch einige Poleis aus Mittelgriechenland und den Kykladen sowie die Insel Aegina an, die kurz zuvor noch im Streit mit Athen gelegen war. Auch auf Hilfe aus den Kolonien Siziliens hatte man gehofft. Die dortigen Griechen wurden allerdings zur selben Zeit durch eine Invasion der Karthager bedroht und konnten keinen Beitrag zum Kampf gegen die Perser leisten. Der mächtige Tyrangelon von Syrakus hatte seine Unterstützung zudem davon abhängig gemacht, dass er den Oberbefehl über die verbündeten Streitkräfte erhielt, was nicht mit dem Führungsanspruch Spartas zu vereinen war. So war es insgesamt auch diesmal wieder nur ein kleiner Teil der Griechen, der den Perser Widerstand leisten wollte. So war es zeigt, dass er die K派 Recently fern, dass er ein paar Punkte die Berge ausgedacht hat. So war es wieder so, dass er sich aber nicht ausgeworfen, dass er sich nicht ausgeworfen hat und liegt, So war es dann, wir müssen sagen, wie ich jetzt durch die K派ik-Pripeanne자�hst,